Ich bin schon im Training Leute und heute liegt das Kreuzheben an. Zuvor habe ich schon Frontbeuge gemacht mit 115 Kilo, 2x2. Ja, es geht dann bis 186 Kilo hoch. Ich werde das alles mit 4x2 hochziehen und dann ist das Freitagstraining hier in unserem Club in Erfurt auch schon zu Ende. Ja Leute, ich grüße euch, freue mich, dass ihr wieder auf meinen Kanal eingeschaltet habt und nach einer kurzen Pause geht es los mit den Kreuzheben. Die Kraftentwicklung für das Kreuzheben, was ich heute ausgeführt habe im Club in Erfurt. Die Kraftentwicklung für das Kreuzheben, was ich heute ausgeführt habe, Die Kraftentwicklung für das Kreuzheben, was ich heute ausgeführt habe, Die Kraftentwicklung für das Kreuzheben, was ich heute ausgeführt habe, Beim Heben habe ich kaum Kraftanstrengung und ich denke mal, das wird auch die Vorspannung von den Beinen sein, von der Frontkniebeuge. Schoen, die Kraftentwicklung für das Kreuzheben, was ich heute ausgeführt habe, also dieses Kreuzheben für das Kreuzheben. Die Kraftentwicklung für das Kreuzheben, was ich heute ausgeführt habe, das wird auch die Kreuzhebenen als Kreuzheben, was ich heute ausgeführt habe, Noch ein paar Worte zum Schluss. Ich wünsche euch alle schöne Weihnachten. Feiert ordentlich. Am Montag gibt es kein Training. Dafür am Dienstag die Kniebeuge und das Bankdrücken. Denn ich bin noch auf Weihnachtsfeier und da fällt das Training einmal aus. Gut, danach geht es wie gewohnt immer weiter in der Woche. Bevor ich jetzt nach Hause fahre, sage ich schon mal Tschüss. Wir sehen uns gleich wieder in der Küche bei mir. Das war mein Abendbrot, belegte Brötchen und Thunfisch. Das war ein sehr simples Abendbrotessen mit Hähnchenfleisch und Thunfisch als Eiweißquelle.